So, ich halte hier den frische Kick fürs Frühjahr in meiner Hand und zwar den Skin Booster von der Firma Galderma. So, die meistgestellte Frage ist natürlich, was ist der Skin Booster? Es ist ein ganz oberflächlich wirkendes Hyaluron, was so konzipiert wurde, dass man es in zwei bis drei Sitzungen injiziert, im Abstand von vier bis sechs Wochen. Das machen wir aber abhängig vom Ist-Zustand ihrer Haut. Zwei Skin Booster, aktuell für 450 Euro. Ich freue mich auf Sie! Zwei Skin Booster